er hat mir einige interessante dinge über dich erzählt ich werde deine worte in betracht ziehen okay ich werde einfach mal gucken zu welchem ende uns das führt wenn ich so mache ja wo die mehrere sprachen übersetzt nur leider ins deutsche nicht so gut das ist das einzige manko was ich bis jetzt festgestellt habe gehen wir oben rüber rein dann können wir uns kurz ausruhen um ihn noch mal hoch zu heilen hey jungs was ist das hier ist ein stall und ich muss nur daran denken dass wenn ich redrick töte dass ich nicht über den innenhof abhaue weil mich das töten würde ich weiß nur noch nicht wie ich das anstellen soll heute ist ziemlich gut umzingelt sag ich mal nichts für gut dass er berat folgt aber ich brauche rast ich wollte nur noch mal dass in einen text hier durchlesen also ja fassen wir zusammen kreis cast hat uns angelogen was er hat uns ergeblich angelogen wir wissen immer noch nicht ob es wirklich stimmt weil kreis streitet es ja ab wir wissen nur dass er die bevölkerung von goldtal auf seiner seite hat und wir haben die ganzen fakten über redrick den baum den tempel seine tote frau auf der anderen seite haben wir ja auch die wichtige gesehen die wohlgeburten die nicht getötet wurden so ihr geht mal ein stück zurück ah ich habe es mir anders überlegt elendige schlange rettig wirft den fähigen echtlichen blick zu und erhebt sich auch von seinem ton vielleicht wird deine seele in irgendeinem wimmernden bastard ein passendes zu hause finden nachdem ich dir deinen jemaligen kopf vor die schulter geschlagen habe er zieht seine klinge wachen bringt ihn um wow das sieht nicht gut für ihn aus er ist total zingelt bogen schützen erz magier ich leibwächter berat paladin so du machst da erstmal stopp rein gut und du wirfst da alle mal um du heizt dich du versuchst hier mal alle umzuwerfen ich frage mich ja eigentlich ob es reichen würde wenn wir redrick abwurxen so du noch einmal den hier so du noch mal den da du redrick ist schwer verletzt habe ich ihn erledigt nein noch nicht okay unschaffbar noch unschaffbar redricksburg schnell speichern ja ne mein wolf kann ja nicht mit denen reden und dich kriege ich ja leider nicht da raus dass du das ist dein cousin nein du sollst weg rennen ja du kommst da nicht raus oder ja nee ne 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 Okay, die bleiben da einfach stehen. Was wirkt bitte auf die? Oh, jetzt kommen sie eigentlich noch an. Bringen wir sie alle mal zum Stoppen. Okay, wir können noch weiter wegrennen, aber das bringt uns wahrscheinlich nichts. Nein, die Verfolger uns Stück für Stück und machen uns dann nieder. Äh, ja. Okay. Ich würde sagen, wir lassen Redrix Schloss mal gut sein. Verlassen uns einfach den Hauptausgang. Dann bleibt es nur noch Käthnua. Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Und ich meine damit so ziemlich alles, was in dem Schloss jetzt passiert ist. Aber irgendwie werde ich das schon wieder gerade bügeln. Also dann auf nach Käthnua. Und eigentlich wollte ich mir ja ein Quellteil noch was besorgen. Oh, und ich wollte vor Käthnua noch was machen. Gut, das mache ich jetzt noch schnell vor dem Cut. Komm. Und zwar in den Schwarzauen. Hoffentlich werden sie jetzt nicht zu müde. Da war noch etwas, was ich gerne machen würde. Damit ich das auch bei meinem Offscreen, bei meinem Brenno hier nachholen kann. Oh, wir sind sogar gleich da. Nämlich hier oben die beiden, ähm, dicken Jungs hier. Die sich hier verstecken. Genau. So. Gleich mal das auf dich. Und der Rest greift an. Du Beute. Du versuchst ihn niederzuschlagen. So. Okay. Scheint zu klappen. Du. Zauber. Gut. Du mach mal Verbot auf die beiden. Du versuchst die beiden zu benehmen. Ja. Du versuchst sie umzuhauen. Du machst ihre Schadensreduktion runter. Okay, einer steht noch. Also der andere ist gerade umgefallen. Okay. Du benutzt den Heilerring. Bei dir sei es klar. Ja. Versuch mal deinen Abfluss. Okay, der hat dabei die nicht gewirrt. Du bist jetzt schwer verletzt. Hey. Brauch du mal deinen Ring auf. Du mach mal das auf den. Um ihn etwas zu schlächen. Und weg ist er. Ja. Hey cool. Der droppt er weckt das Holz. Hier sein Schrein. Ja. 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 Das ist ganz schön. Ja. 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 gab es tatsächlich etwas gut da würde ich sagen mache ich richtig hingegeben der ist doch etwas besser katze da rein den da weg würde ich sagen speichere ich jetzt erst mal wieder und da gibt es einen kleinen cut bis gleich